so und willkommen zum nächsten commentary wir sind schon wieder im blauen team fünfmal premade haben wir alle eingeladen mal schauen ob es diesmal für das rote team erreichbar wird dieses spiel zu gewinnen und die zehn euro zu ergattern jeder von ihnen denn es kommentiert wird ja wann ist elise sagt am um kyle und niemand wie wir sind es gleich im ladebildschirm so und hier sind wir die teams wir haben im blauen team baylife mit looks basti mit canyon was die mit kennen panda mit schneemadinger devil mit volibear und keff mit darius und violett team haben wir time type to own mit tarik may lp broken word mit k6 stokula mit rice den zuckerbären mit javan und den killer den schweizer mit waros wir sehen ein heimatdinger support ein bisschen troll so in adi kennen ja adiken es gibt mal eben so und da geht's los was los ich mache ein bildchen richtig bildchen nicht auch richtig mach aus gut 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 mach aus mach aus die aus minus warum pick aus 3 ist ja ja das denn ich kippen von ts will wie kicken kommt es ja die bösen leute die gearbeitet die waren scheiß bayern ja 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 double weh baren ist nicht so ne warte wie viele steht es noch mal ich gucke noch mal nach ja da greift der turm caig an Oh, Mensch. Oh, oh. Tarek wird vom Tormatakt. Oh mein Gott. Was ist das? So Tarek-Style. Heimatdinger mit Kennen, Alter. Ich weiß nicht, was die damit bezwecken wollen, ne? Ich wundere mich auch nicht, wenn die Borderlane auf die Schnauze kriegen. Ich auch nicht. Aber... Wenn sie meinen, dass sie so gewinnen können, vielleicht wollen sie ja extra so ein bisschen trollen, damit sie eine Chance haben, damit du mir endlich Geld los wirst. Ja. Na klar. Das ist keine mögliche Option. Weil sie haben ja nichts davon, wenn du immer gewinnst. Ja doch. Was haben sie denn davon? Bei... wenn sie einen Windstrike haben, kriegen sie was Schönes. Ja, das hast du ihnen noch gar nicht gesagt. Doch, hab ich. Ja, 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 ja. Heimatdinger greift an. Heimatdinger schmeißt Zuckerstange. Und noch eine. Ohohohoho. Das Damage von Heimatdinger Auto-Hits. So strong. Ohohoho. 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 Da haben wir jetzt Jarvan. Jarvan versucht Lux zu ganken oder sowas ähnliches. Es sollte ein Gank werden. Und Beilaf hat den nächsten Lux-Spin ausgepackt, wie mir scheint. Was macht Panda nach? Panda wardet mit einer Kanone beim Drake. Okay. Und Lux, äh, Bela Forrest. So. Dustin, können Sie mir erklären, warum man Rice gegen Lux pickt? Weiß ich nicht. Und da ist Pause. Ist nicht sehr intelligentos. Ja, du... ... Jo. Aus unsichtbaren Stücken. Das User war daten für Deutsch. Äh, blaues Team sieht man direkt schon. 200 Gold mehr. Wahrscheinlich wegen Lasteds. Jetzt sind es 300 Gold. Ja. Das werden die Lasteds sein, klar. In der 10 La... Das ist aber eigentlich relativ ausgeglichen bei den Lasteds. Ich glaube, dass die 10 Lasteds jetzt nicht 400 Gold ausmachen. Da hat wieder jemand pausiert. Panda. Ja. Der Panda hat Spaß daran, ne? Vielleicht hat Panda Gold Rackouen und, äh, Tarek nicht. Und Gold Rackmeisterschaften dabei. Ich kann es ja auf Gold gucken. Gucke mal. Ich guck was. Ja, kann sein. Kann sein. Panda hat auf jeden Fall wesentlich mehr Gold. Ja, jetzt Tarek schon über 100 Gold mehr. Ja. Okay, er hat doch drei Lasteds aber. Drei Lasteds machen auch keine 100 Gold. Ne, nicht ganz. Es sei denn, es sind drei große Kanonen. Und das glaube ich nicht. Ja, und Leute, ähm, für nächstes, ähm, also für die nächsten Videos, also nächste Woche, am Freitag, bekomme ich das Mikrofon von, also das gleiche wie Gronkh ist benutzt und, äh, Julians Block ist benutzt. Ähm, das habe ich mir gekauft und, ja, werde es nächste Woche haben. Weil ich hier so viele Probleme mit dem Headset habe und so weiter. Joa. Wundervoll. Ja, ne? Ich habe absolut gar keine Probleme mit meinem Headset, muss ich zugeben. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ich bin mal gespannt, wer besser farmt, unser Gold 5 Crug Mojo oder, ja, liebe Killer Sticks. Joa. Echt gespannt. Mal gucken. Ja, Panda farmt da ja schön mit. Ja, hab ich 10 Raketen. Oh, mit Lane wird gegangt. Echt? Ja. Ach, richtig gegangt, oder? Oh, Sugar Bear wird sterben. Ja. Boy, hat er auch einen richtig tollen Ganking gelegt, er merkt sich über die Lane gelaufen. Oh. Da schwillt. Bust. Man sieht deine eh nicht. Hahaha. Das kann man natürlich. Oh, Bust, die hat sich geklenzt. Warum? Ist die Frage. Oh, Bust, die wird sterben. Sterben. Stirb. Stirb, Gold ist Crug Mojo. Und das Panda Lightning wird auch sterben. Ja, da haben sie ein bisschen gefehlt. Ja. Aber Toplane hält sich erstaunlich gut dafür, dass sie gegen Cap spielt. Das wäre sie? Sie? Das wäre sie es? Weiß ich schon nicht. Ich weiß nicht. Oh, Kev, Kev, Kev. Wenn jetzt das Ding sitzt. Oh. War doch ein bisschen wenig der Mensch. Ja. Ja, Kev hat halt diesen fetten HP-Trunk. Also das fette, das fette Elixir da drin, ey. Und direkt mal so ein fett, so ein riesen Gürtel und ein Durant. Kev ist direkt auf der Toplane wieder. Mit seinem schönen Teleport. Teleport. Und Basti liegt verdammt weit mit dem Farm zurück. Und mit den Kills. Und mit dem Kills. Okay, jetzt. Obwohl das nicht verdammt weit ist. Naja. Zwei Kills ist jetzt schon. Haben oder nicht haben. Ja. Und Baylife farmed. Wie ein junger Rott. Kassix hat sich einen roten Pott geholt. Ja. Wahrscheinlich damit er. Kev's Damage. Ein bisschen. Feinern kann. Weil die geben ja auch Leben dazu. So, Baylife hat Blue bekommen. Und Ryze kriegt jetzt auch Blue. Ich mag Ryze. Und da kommt die Ulti leider zu spät. Was folgt Baylife mit äh. Ja. Wollt den Blue Steal. Oh. Böser Baylife. Niemand darf Ryze am Blue Steal. Ist böse. Nein. Er wird ihn gleich Steal, wenn er ihn tötet. Oh. Botlane. Ist da los. Panda frisst Damage. Okay. Das ist dann glaube ich ein bisschen zu früh. Sie gehen alle auf den. Supporter. Was natürlich nicht so. Und Pandas Tod. Wie der Schweizer. Seine Skills Use. Das sieht irgendwie seltsam aus. Muss ich zugeben. Ja. Und Ryze haut Damage auf Baylife. Aber der schildert das mal. Ist du weg. Leider. Ja. Einfach aus Prinzip. Es ist Ulti. Und er hat zu viel Magic Resist. Der Herz streckt hier. Links Gold. Negatron Mantel. Gehen bei dir auch die ganzen Charaktere? Äh. Ja. Gut. Dann liegt es wahrscheinlich nicht an mir. Bei mir stehen die Millions noch alle auf einem Klumpen. Das Spiel wird. So. Es scheint wieder zu gehen. Ich hoffe mal es bleibt jetzt auch so. Obwohl ich eben noch vor zwei Minuten kurz nochmal drinne war. Und da war es bei 18 Minuten stehen geblieben. Und jetzt 17 Minuten. Also irgendwas läuft da falsch. Ja. Ja der Varus hat noch einen Kill gemacht. Jetzt hat er 5. Sieht nicht so wirklich gut aus hier. Der Panda. Der Feeder Panda. Und jetzt wieder stehen geblieben. Yes. Yes we can. Ach du Scheiß. Ah. Dennis tu was. Was soll ich das machen tun. Machen tun. Machen tun tu was. Was denn. Oh jetzt ist es. Ja. Das hatte ich mal jetzt. Zeit öfter müssen wir einen Bug fix machen. Oh jetzt wieder. Läuft das bei denen denn ganz normal? Ja bei denen läuft es normal. Mal habe ich gerade eben nachgefragt. Ähm. Ja. Warte mal hier. Ich frage mal hier. Ob einer von da oben. Den zugucken kann. Ob die auch die zu verzwungen haben. Ob das jetzt in uns liegt oder in lol. Okay. User left your channel. Ja. Wir hocken hier und es geht nicht weiter. Sehr schön. Ist doch alles. KKKKK. Ja also die oben die gucken alle zu aber bei denen ist das auch. Okay. Also liegt wahrscheinlich an den lol-Servern. Wird ja auch immer. Unable to download bla bla bla. Ja. Das kann ja nicht. Ja Leute. Das gebe ich nochmal vor. Ihr. Wenn es nochmal klappt dann vielleicht. Das klappt gerade. Nein es klappt gerade nicht mehr. Ne. Bis gleich. So ich bin gerade mal in dem Channel von den anderen. Erzählt mal was passiert ist. Ich bin 2 an 10. Nichts. Feeding. Feeding ist Supportheimer. Ich bin 3 an 10. Ich bin 07. Ich bin 07. Immer hat das in der Range. Der Böse. Hilfe. Ich geh mal. Guck mal rein. Ich hab nen Clans. Ich hab nen Clans für dich. Du. Du. Hilfe. Hier läuft gar nix. Die sind jetzt schon bei der 35. Minute wie bei 20. Bei 20. Guck einmal von da durch. Ne geht ja nicht. Es geht ja nicht. Es bleibt ja alles stehen. Oh 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 oh. In der Luft. In der Luft. Oh. Nein was? Ich habe doch geheilt. Na ja. Wir sehen uns. So Leute. Das Blaue Team hat noch gewonnen. Nach wie viel 36 Minuten. Ich konnte nach der 13. Nicht mehr aufnehmen. Und jetzt erzählt Kev und Panda was passiert ist. Das ist nicht Panda? Äh Kev und Bailiff. Also los Bailiff. Panda hat gefeatet. Ja, ich weiß jetzt nicht, was da nach der 13. Minute zu groß passiert ist, ähm, mein Mikrofon überhaupt tont, glaube ich, aber ist egal. Äh, ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich und Kev haben gecarried. Ich hab gecarried, ganz klar. Nein, Panda hat gecarried mit seinem Support-Handler. 0-13. Ja, wir waren erst hinten am liegen, dann haben wir gut aufgeräumt, nachdem Kev auf der Wattlane und ich da war und der Devil. Ja. Ja, ähm, jo, die haben waren halt total out of position in manchen Situationen, haben sich gesplittet, wir haben uns einfach ausgenutzt. Ja, und später einfach Darius-Ulti, Lux-Ulti oder Lux-Snipe und der Bär. Der Bär und Kev hat einen Penta gestealt. Hm. Mein Penta. Am Ende. Ich glaube, das war der erste Kill, der gefallen ist, oder der zweite oder so. Und jetzt kann der Kev mal so sagen, was er gesehen hat. Ja, also bei mir war es jetzt nicht wirklich spannend, so. Der KZX war die ganze Zeit unter dem Tower und, äh, im Early-Game wäre ich fast gestoppen, aber ich glaube, das ist auf dem Video drauf. Ja, Leute, leider kann ich da nichts für. Ähm, das waren die scheiß LOL-Server. Da muss ich auch mal kurz etwas zu sagen. Ja, Devils Mutter will auch ein bisschen kommentieren jetzt. Ich habe die ganze Zeit extra den Schweizer gewonshottet, einmal auch in der Base, wo er respawned ist. Ja, das war schön. LOL. Der war mad. Ich hatte mit Level 1 einen epischen Fight gegen Blubuff, dann einen epischen Fight gegen Red Buff, dann einen epischen Fight gegen Digunin. Dann einen epischen Fight gegen seine Mutter, weil sie genervt hat. Auf jeden. Naja, ähm, ja. Nächstes Mal mit neuem Mikrofon. Wir sehen uns das nächste Mal. Hau rein. Tschau. Das halte kriege ich. Tschö. Das halte kriege ich.